Ich spüre es am Kiel meiner Brust. Bevor ich dieses Bündel an Wünschen hier war, bin ich ein Kranich gewesen. Ich stand den arglosen Hals hoch ins All aufgerichtet im Schilf einer werdenden Welt und sog mit einem sanften Klappern im Schnabel einen Odem ein, der noch frei war von Schuld, in dem nur Frühe war, furchtloser Tau und eine Heiterkeit ohne Geruch. Spürbar allein war zwischen den Zehen der Schlamm. Alles, was sonst noch am Himmel und über den Wassern geschah, geschah gewaltlos und still. Dieses Gedicht spricht von dem, was den Menschen ausmacht, in dem es in allem sein Gegenteil sucht und beschwört. Ich spüre es am Kiel meiner Brust. Der Kiel der Brust ist kein Sinnesorgan. Es ist also ein sehr ursprüngliches Spüren, noch ursprünglicher als ein Instinkt. Bevor ich dieses Bündel an Wünschen hier war, ein sehr respektloser Ausdruck dafür, daß der Mensch ein Wesen ist, das von Zielen, Willen und Trieben geleitet ist und dessen Gefühle gewissermaßen nichts als die Rechenschaft über das jeweilige Erreichen von Erstrebtem darstellt. Man mag probehalber andere Tiere einsetzen, um dann festzustellen, es musste ein Kranich sein, der einerseits den Boden spürt, andererseits den Ausblick hat, noch dazu nicht zu sehr mit anderen Assoziationen und Klischees aufgeladen ist, wie beispielsweise ein Adler. Für diesen Kranich ist das, was er um sich herum sieht, bereits das All, da er kein Bedürfnis nach Erkenntnis unendliche Fernen betreffend hat. Die werdende Welt ist vor allem eine solche, die noch alles, auch in guter Hinsicht, versprechen kann, und sog mit einem sanften Klappern im Schnabel einen Odem ein, der noch frei war von Schuld. Schuld. Das ist Nebensprache und Bewusstsein das gerne übersehene, was außerdem den Menschen ausmacht, die Fähigkeit zur Schuld. Auch dies bezieht sich auf das Versprechen einer werdenden Welt. Furcht, der abstrakte große Bruder der Angst, auch sie eine Fähigkeit der Menschen, die sich aus seinem Vorstellungsvermögen ergibt, während Angst sich auf die unmittelbare Bedrohung bezieht. Und eine Heiterkeit ohne Geruch Heiterkeit kann für Genuß stehen und der Geruch sich demnach auf die Begleiterscheinungen, die der Mensch jedem Genuß beimengen kann. Die Heiterkeit mit Geruch ist vielleicht auf Kosten von etwas Wertvollem oder sie wird einem durch Neid, Moral, schlechtes Gewissen und was die Menschen sonst noch so kennen, vergelt. Spürbar allein war zwischen den Zehen der Schlamm. Selbst für einen Kranich ist natürlich noch mehr spürbar. Es geht hier auch nur um die Beziehung zum Ursprünglichsten, das auch Ben beschwört, wenn er singt, »O, daß wir unsere Ur-Uhr ahnen wären, ein Klümpchenschleim in einem warmen Moor!« Alles, was sonst noch am Himmel und über den Wassern geschah, geschah gewaltlos und still. Auch Gewalt ist eine menschliche Eigenschaft, indem sie eine Eigendynamik entwickelt, die über jeden Zweck zur Art der Haltung weit hinausgehen kann. Wir hören außerdem einen Anklang an den Anfang der biblischen Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Diesem Geist Gottes, der doch eigentlich Menschenwerk ist, wird das Versprechen einer werdenden Welt ohne die Schuld beladene Gewalt und Triebhaftigkeit des Menschen gegenübergestellt. Amen. Vielen Dank.